Hey Freunde und willkommen zur dritten Folge SkyTag. Heute wieder mal mit dem Quantum. Hallo. Hi. Und ich habe gehört, du hast... Ah... Und schon... Ja, okay. Okay. Schon hast du mich wieder durcheinander gebracht. Ich hatte gerade die Formel für das Atomkraftwerk. Und das ist mir gerade irgendwie weggeküsst. Scheiße. Okay. Nee, du hast ja die letzte Folge alleine aufgenommen, was? Nee, ich habe nicht alleine aufgenommen. Ich habe mit zwei anderen aufgenommen. Ja, ohne mich. Das ist schon fast wie alleine. Naja. Wir sind doch ein Herz und eine Seele. Dann komm jetzt mal rüber. Wo bist denn du? Hör zusammen. Ich bin eigentlich noch hier drüben, wo wir aufgehört haben. Wir sind ein Herz und ein Samen? Zusammen. Zusammen. Ach so. Nicht zusammen. Ja. Ich reine rüber. Ich beeile mich. Und du bist... Warte mal. Man kann ja nachgucken, wie oft ein Team gestorben ist. Oh, Junge. Woos, die haben 14 Tode. Du bist auch gestorben? Nein. Ach so, nee. Das ist jetzt, wer online ist. Okay. Nee, drück mal I. Ja, I. Genau. Ach so, Team Wolf 4. Oder was? 4. Genau. Wir sind viermal gestorben insgesamt und Löwe 14mal. Was geht denn da nicht ab? Okay. Das ist gut. Hey. Hey. Warte mal. Ich wollte gerade runterspringen. Ich habe da was Blaues gesehen. Weil ich dachte, das ist Wasser. Aber es ist ja der Himmel unter der Insel. Das sollte ich nicht sagen. Ja, da ist Wasser. Aber da lande ich nicht. Ja, ich versuche jetzt irgendwie rüber zu kommen. Warte mal. Was ist das? Ach, ich bin ja auf der Startinsel. Richtig. Warte, ich bin auf der Startinsel. Geh mal auf die andere Seite. Wasserfall. Ich habe solche Angst, seit du mir erzählt hast, dass dich irgendetwas Buntes getötet hat. Ja, das schwirrt in sowas herum und dann vergiftet es dich. Ich hatte zu wenig Herzen. Ja, weil ich habe hier gerade... Ich glaube, das sind Fledermäuse, die ich da gehört habe. Gruselig. Ich habe Diamant gefunden, glaube ich. Nee, nur Zertus Quarz. So. Ich darf mir hier ein Bett rausnehmen. Genau. Hol dir es. So. Ich mir auch, oder was? Nee, für dich. Ich habe bezahlt dafür. Hier ist eine neue Brücke über die andere Seite. Ja. Gut, dass wir immer, wenn man einloggt, dass die anderen produktiver sind. Super. Ach komm schon. Unser Plan ist es ja jetzt, weil wir jetzt nicht so die Ahnung haben. Wir bauen jetzt erstmal Sachen ab. Und irgendwann in den nächsten Folgen werden wir dann wieder den Notop oder so dazu holen. Und der wird uns dann ein wenig erklären, was wir zu tun haben mit den ganzen Sachen. Ist der Himmel bei dir auch rosa? Bei mir ist immer alles. Ich habe echt ein Problem mit dem Texture-Packs und so. Oh Gott, Quantum, wo bist du? Hier platscht. Ja, ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Siehst du dieses große, komische Gebäude? Gleich. Warte, schaue ich mir gleich an. Ich bin hier gerade schon am Farmen. Ich bin jetzt hier bei der Höhle, da wo das erste Bett ist vom Wiese. Wiese. Okay, Moment mal. Okay, bei uns hat Ruhe bin ich gerade. Was ist hier drinnen? Pflasterstein. Das kann ich ja mal gut gebrauchen, weil... Ah, ich muss da oben hin. Keine Ahnung. Ah! In den Pflasterstein, da kannst du doch, weißt du doch, Wege bauen. Wo wollen wir eine kleine Unterkunft jetzt haben? Ach, stimmt ja. Genau, genau. Ja, da kannst du dich schon mal drum kümmern. Ich weiß nicht. Irgendwo... Warte mal, ich komme da hoch. Ich komme da hoch, wo wir gest... Ach, ich sehe dich. Bleib mal stehen. Hier wird was angepflanzt. Oh, hier ist ein Feld. Siehst du, ne? Ja. Alles klar. Mal sehen, ob dir irgendwas fehlt. Ne, du bist wieder ganz. Ich bin wieder ganz, ja. Ich hatte... Ich habe Prothesen jetzt bekommen, weil es dann doch einiges erleichtert. Ähm... Ja. Okay, mal hin. So. Was machen? Wo sind wir rein? Wo möchtest du dich niederlassen? Keine Ahnung. Ich packe jetzt mal hier so Sachen rein in die Kiste. Bum, bum, bum. Ich möchte mich, weißt du wo, niederlassen? Wo? Du darfst das Fleckchen. Komm mit. Ich zeig's dir. Tu nichts, als hättest du einen Plan. Nein, nein, folg mir. Ich habe da so ein richtig schönes Plätzchen. So hier drüben. Oh, Moment. Ja, klar. Sprintet ihr nach, oder was? Ähm... Hier. Perfekt. Hier, diese Fläche. Bam, so ein kleines Häuschen. Super Ausblick. Ist nichts. Ja, aber komm, du siehst da hinten Inseln. Siehst du die nicht? Ein paar fliegende Inseln. Ist doch ganz sexy. Okay, okay, okay. Und meinst du dieses Häuschen da oben, dieses Stein, diesen Steinturm? Ja, dieses Stein, diese Turm-Dings. Wollen wir mal da hin? Lass mal da hin. Das ist für eine gute Idee. Ja, natürlich. Es wird Nacht. Ist doch egal, wir haben Schwerter. Auf geht's. Haben wir? Ja. Tatsächlich. Und keine Rüstung. Wunderbar. Ähm, ach stimmt, du bist gestorben. Ja, du hast ja auch keine Rüstung. Rät nicht. Ja, okay, gut. Erwischt. Aber ich bräuchte auch Nahrung ein bisschen. Ich hab wirklich keine Nahrung. Feierschert sah aus wie Karotten. Oh, Sips LP is no sleeping. Ach, jetzt müssen wir auch schlafen gehen. Jetzt können die schlafen hier, oder was? Ja, jetzt müssen wir auch schlafen gehen, weil sonst können die nicht schlafen. Ja, such den Bett. Was ist denn? Soll ich im Stehen schlafen? Ich mein, ich hab ein Bett dabei. Das muss doch reichen, oder? Ah, hä? Das funktioniert. Wie das denn? Ja, es müssen nicht alle schlafen, sondern der prozentuale Großteil. Das ist ja nice. Und du standest die ganze Zeit vor meinem Bett? Ich hab über dein Bett gewacht. Gruselig. Okay. Die ganze Zeit hab ich dich beobachtet. Ich hoffe, hier sind keine Monster. Hier sind... Geh weg da! Was ist da drin? Oh Gott, kann man das töten? Man, ich bohre. Ich hab's schon mal erwischt. Nicht, dass es irgendwie vielleicht zähnbar ist. Ist mir wurscht. Oh, da kreischt das Ding. Warte mal, was ist das hier für ein Ding? Hier sind Chicken! Yes! Oh, ich hätte es vielleicht nicht töten sollen. Ich hab's abgebaut. Kann man nicht hier einfach... Kann man nicht hier bauen? Kann man hier nach oben? Stimmt, einfach hier drin, ey. Oh, hier können wir nach oben. Und hier sind... Vielleicht sollten wir diese Chicken leben lassen, damit sie sich fortpflanzen. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann, da kommt's... Oh mein Gott, oh mein Gott! Weakness, Hunger, was? Hä? Oh, oh, du bist vergiftet, du bist vergiftet! Nein, nein, ich hab nur Hunger. Nee, 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 du hast Ausdünstungen. Nein, ich hab nur Hunger. Das sieht's immer so aus, wenn ich Hunger hab. Hast du was zu essen? Vielleicht. Bitte. Bitte gibt's mehr. Vor deinen Augen, oder? Oh, oh, oh. Genau. Nicht schlecht. Okay, ja, ich hab hier gar keine Hungerleistung. Also, nix mehr. Na, dann musst du dir vielleicht noch ein bisschen später liegen. Können wir noch weiter rauf? Natürlich. Lass uns den Turm ersteigen und alles hier bekämpfen. Bäm, bäm. Puh. Ich versteh nicht, wozu der... Was? ...gut ist. Einfach so, weiß ich nicht, zum hübsch aussehen, Drachen verstecken. Vielleicht konnte man die Drachen... Hier ist eine Werkbank, in der... Okay. Na, gib's hin. Weißt du was, Quantum? Ich glaub, die Drachen konnte man zähmen und dann von Insel zu Insel fliegen und wir rennen hier durch und schlachten die einfach ab. Und die anderen kommen dann online und denken sich, ach, heute zähmen wir mal die Drachen. Tja, nichts da. Hier ist auch eine Kiste. Da! Quantum, lass Kampfarena. Aber hier haben sie die Kampfarena. Ja, ist klar. Okay. Also, wie weit geht's denn? Ich bin schon ganz erschöpft, wenn ich dran denke, dass ich hier wieder runter muss. Oh, guck dir mal diesen Ausblick an. Wow, ich seh nur weiß. Und wir haben Gold gefunden. Hier ist Gold. Die Kupan sitzt hier drinnen. Nice. Hat die wer reingetan? Vielleicht ist das, weißt du, so ein Bonus-Ding. Oh, mir wird schlecht. Ist doch freigereitet. Guck mal, Quantum. Guck mal. Was denn? Huh? Ich schlage. Huh? Bist du, wirst noch so viel Witze machen, bis es dich küscht. Nee, mich erwische es nicht. Alles cool. Oh! Ach nee, ist ja nicht TTT. Ich dachte, wenn ich sterbe, muss ich still sein. Okay, hier gibt's... Ich verstehe nicht ganz... Wollen wir ganz unten einfach nochmal, dann brauchen wir kein Haus bauen, oder? Wenn wir unten ein Bett reinstellen... Könnten wir eigentlich machen, ne? Aber eigentlich will hier jeder rein, wahrscheinlich, oder? Ja, aber wenn wir hier die Ersten sind, dann gehört's uns. Ist besetzt, oder? Fertig. Claimed. Richtig. Und wer hier halt übernachten will, der zahlt. So sieht's aus. Genau, wir machen das. Das ist ein Hotel. Naja, und wir lassen uns die anderen Häuser verbrennen, und so. Und dann gibt's nur noch das hier. Du bist krank. Kannst du ein Schild machen? Hotel, Bates Hotel, oder so? Wie nennen wir das? Äh, wir nennen es... Ähm, der Hotel. Das ist witzig, weil es falsch ist. Oh Gott. Boom! Hast du ne Angst? Du warst nicht... Warte, hier geht's noch weiter runter. Ja, genau. Geh noch runter. Warte, ich... Es geht runter noch? Okay. Autsch! Ich bin noch weiter unten. Aber hier ist die zwei. Oh Mann, ich muss echt... Ist der Kellerabteil, oder? Ja, ist das Kellerabteil. So, dann... Ja, lass uns mal ne Hütte bauen. Das ist unser Ziel. Aber wir sollten auch vielleicht was farmen. Ganz viel farmen. Ich mach hier ein bisschen Holz weg. Okay. Einfach, damit ich... Wie geht ein Schild? Wir müssen das markieren. Wir müssen das markieren. Ja, irgendwie mit einem Stick und... Warte mal, ich probier's mal. Brauch eine Workbench. Ja. Da drin waren ja welche. Eine ist drinnen. Vielleicht stellen wir einfach direkt hier eine auf. Ja, da sind mehrere drin. Wir könnten die auch einfach abbauen. Wo sind hier welche drin? Oh, warte mal. Oh, eine. Hier unten ist nix, ne? Nee, 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 nee. Nee, ist nichts. Jupp, über uns war eine. Okay, wir brauchen Holzbretter. Aus diesen Holzbrettern... ...hab ich hier ne Werkbank. Wow. Nice. Und jetzt baue ich mal. Bam. Aber nicht so hässlich ins... ...irgendwie in den Raum. Oh, ja, was wie denn? In diese Werkbank. In diese Werkbank-Ecke. Da kann man beim Craften... ...en schönen Ausblick haben. Beim schönen Ausblick... ...hab ich gerade in deinen Kopf ausgesehen geguckt... ...und der war ziemlich leer. Hm. So. Du bist... ...witzig. Na komm, ich mein, ich hab in deinen Skin geguckt. Deswegen. Ich mach... Ich mache dir jetzt erstmal ein Schild und als Ausgleich. Pass auf, zack, zack, zack. Genau. Zack, und hier hast du drei Schilder. Bitteschön. Wie, drei Schilder? Ich habe auch ein Schild. Achso, ja, ich habe drei. Hier, nimm, zack. Und jetzt lass uns das claimen. Du musst doch was draufschreiben. Ja, ja, aber was denn? Warte, 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 wie? Warte, Schild, Schild, Schild. Genau, auswählen und dann irgendwie platzieren. So, das ist, kann ich das direkt an die Wand hier? Ja, direkt ran und dann schreibe ich einfach, Holly, du kannst auch was schreiben. Holly's und, warte, Holly's und Quantums. Quantums. Du passt nicht rein. Quantum. Und Holly. Quantums. Und Holly Hotel. Vorsicht. Vorsicht vor Hund. Bam. 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 Quantum und Holly Hotel. Sehr gut, ey. Ja, das war, wir sind bei elf Minuten. Scheiße. Warte mal, wir haben doch viel mehr gemacht. Und zwar, warte, ich stelle hier mein Bett schon mal hin und penne hier. Ach, du hast ein Bett. Ach, sieh an. Ich habe mir am Anfang ein Bett genommen. Ja, da hole ich auch ein Bett. Will ich nicht schlafen? Ich will einen Fensterplatz. Kann ich hier was zubauen? Fall ich da runter, wenn ich schlafe. Weiß ich nicht. Darf ich da nicht? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich hole mir jetzt erstmal, ich renne wieder zurück. Ich glaube, ich habe Ahnung. Wo muss ich hin? Da, ich habe einen Fensterplatz. Wunderbar. Das ist sexy. Oh Gott, Phantom. Weißt du eigentlich, wie wir wieder zurückkommen? Wie zurückkommen? Wohin zurückkommen? Ach, da. Naja, zurück zum Anfangs-Dingsbums. Aber ich sehe es gerade. Also, ich bin jetzt unterwegs zum Anfangs-Dingsbums und hole mir da irgendwie... Ich leih mir Essen. Ich leih mir Essen. Von irgendjemandem. Oh shit, ich mache mir 10.000 Werkbänke. No. Du leihst ja Essen. Ja, ich leih mir Essen. Verstehe. Ah, warte mal hier. Erstmal brutzeln lassen. Super. Geht's hier. Also, wenn jemand braucht, ich habe 40.000 Werkbänke gemacht. Irgendwann stehen die anderen da und denken sich, scheiße, wir haben kein Holz und keine Werkbank. Hätten wir bloß Quantum hier. Tja. Der hat ja 60. So, eine Kiste in der Werkbank. Mhm. Weil es so ist. Nahrung. Wo gibt's hier Nahrung? Da tue ich das rein. Das. Oh Mann. Eine Werkbank noch mit. Wo gibt's denn ganz am Anfang ein Bett? Also hier in der Startinsel da, ne? Also im Anfangsdorf. Weiß nicht, ob sie das in der Kürbse hier was reingetan haben. Okay. Was habe ich? Eine Feder und ein Ei und ein was? Ordnungsscherbe. Eine Ordnungsscherbe. Oh, behalt die. Unbedingt, oder? Ja. Ich, kacke mal, ich brauche Nahrung. Bis jetzt habe ich nur einen Huhn gesehen. Toll. Ich kann auch nicht mehr sprinten. Regenerieren kann ich mich auch nicht mehr. Quantum, rette mich. Da war doch ein Feld. Da macht ihr Weizen und aus dem Brot, oder? Ja, das könnte man machen. Dann halt wieder anbauen. Quantum, ich sehe was. Da müssen wir hin. Das zählt wahrscheinlich nicht das Haus, oder? Wahrscheinlich darf da jeder rein. Auch die Gegner. Weil die Gegner dürfen ja nicht in die Häuser rein. Und nichts zerstören. Das zählt wahrscheinlich nicht das Haus, oder? Ich glaube nicht. Das ist ein Tour, Mann. Das ist ein öffentlicher Platz. Ja. Ich glaube, das ist nicht so gut. Nee. Aber wir haben es schon mal geclaimed. Ja, es gehört trotzdem uns. Richtig. Jeder, der das Schild dort hinstellt, dem gehört es. Kann es sein, dass wir gerade wieder einander vorbeilaufen? Äh, ich bin auf dem Weg zum Feld, ne? Ja, genau. Warte mal. Ich mache mir jetzt erstmal Iron Pickaxe. Wieso können wir... Was sind das für Dinger hier? Wie komme ich denn hier runter? Diese roten Meadows Hive. Du frag mich doch nicht so komplizierte Sachen. Hm. Klar, ich dachte, du kennst dich aus damit. Ähm. Ja, wir sollten aufbauen. Das wird sonst wieder nichts hier. Wir müssen abbauen. Wir müssen noch... Wir dürfen uns nicht enttäuschen. Ja, wir dürfen das ganze Team nicht enttäuschen. Ich nehme jetzt so eine Wassermelone. Und die kann man doch irgendwie wieder anpflanzen, oder nicht? Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Wie? Warte, wir brauchen eine Schaufel. Wie, wie? Wie, 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 wie? Ah, das stimmt. Und dann erweitern wir den Garten hier. Obwohl, dann hätten wir gleich... Wir sollten hier gleich bauen, oder? Dann sind wir beim Garten. Ja. Ja, das wäre eine gute Idee, hier was zu bauen. Und hier dann alles zu fahren. Unter uns befindet sich nämlich etwas komisches. Irgendwie so ein Gerüst. Und dort befindet sich was. Hier haben wir doch auch eine super Aussicht gleich neben dem Garten, oder? Ja. Ja, ja. Warte, ich will jetzt schauen, was es dort unten gibt. Da war etwas Interessantes. Gut, lebt wohl. Wir werden uns nie wiedersehen. Die letzten Worte. Da unten ist irgendwas Interessantes. Und es ist bunt. Und es spuckt mir dann etwas. Plötzlich ist man vergiftet. Jetzt habe ich natürlich alles in die Kiste am anderen Arsch der Welt hingelegt. Das war natürlich wieder brillant. Toll, toll, toll. Ja, du kannst mich ja natürlich auch begleiten und mir vielleicht helfen, weil... Es wird schon wieder dunkel. Ja. Ich mache mir hier nur... Was mache ich mit dir denn? Eine Schaufel auf jeden Fall. Eine Steinhacke. Mhm, das ist gut. Eine Steinhacke. Unnötig? Was? Noch nichts? Eine Steinspitzhacke. Sicherheitshalber. Nice. Ich habe das Beste überhaupt gefunden gerade. Es hat blau gefunkelt. Das muss besonders sein. Okay. Du bist so wie ein Rabe, oder? Ja. Wenn es funkelt, ist es toll. Also ich baue hier weiter, ne? Du kannst unser Häuschen bauen. Das ist ganz nett. Was baust du weiter? Ich, ähm... Ach, die gehen schlafen. Autsch. Oh Gott, ich kratze ab. Das ist so geil. Du schlafen, ich tue halt arbeiten. Einer muss es ja tun. Ne, ne, ich bin ja... Ich baue hier gerade Sachen ab, mein Lieber. Du musst schlafen gehen da oben. Oder auch nicht. Okay, gut. Wir sind nicht mal nützlich zum Schlafen. Wahnsinn. Verdammt, ey. Ich muss regenerieren. Hast du noch Brot oder sowas? Ich glaube, ich habe ein Hühnchen. Okay. Aber wie gesagt, hier beim Angepflanzdanz. Ja, hätte ich mir machen müssen. Nicht, Idiot. Ich bin so abgelenkt von diesen ganzen Steinen. Die sind so... Interessant. Kannst du mir vielleicht folgen und mir Brot runterschmeißen oder so? Ich weiß nicht, ich... Ich finde den Weg nach oben nicht mehr. Scheiße. Oh nein. Ähm. Äh. Das klingt nicht gut. Ne, kannst du gar nicht. Hä? Oh Mann, ich muss mich jetzt anders hochbauen, ey. Oh, kacke. Ich weiß nicht genau, was ich hier mache, aber es... Das sieht gefährlich aus. Okay, so. Hast du schon den Kompensator gebaut? Ich bin unterwegs. Ach, du bist hier. Ja. Ja, ich habe mich jetzt auch hier hochgebaut. Alles klar, das waren Stütze dafür. So, ich nehme jetzt Weizen. Sind die fertig? Ist doch... Ich kann mir jetzt irgendwelche nehmen hier, ne? Oder sind die... Ja, dann wieder anpflanzen, ne? Ach, stimmt ja. Genau. Wieder anpflanzen. Brot mache ich wie? Indem ich ihnen alle... Ich glaube, drei Weizen in einer Reihe. Oh, okay. Dafür brauche ich eine Workbench. Okay. Ich glaube. Okay. Man muss halt ein bisschen größer hier. Na komm. Mir wird schlecht, dir gerade. Hey, mal schön Shift-Taste gedrückt. Oh, mein Finger tut schon weh vor lauter Shift. Irgendwann lässt du kurz los, weil er nervend nachlässt. Ich sag's dir. Das ist mir schon oft passiert. Oh, ich habe keine Steinchen mehr. Okay. Ich habe noch ganz viele Steinchen. Ich schmeiß mir ein paar. Steinchen. Warte mal. Warte. Die Musik ist gerade sehr laut hier. Die muss ich mal ausstellen. Ich brauche keine Musik. Ich brauche keine Musik. Bam. Hier hast du... Du bist weg. Na gut. Ich bin nur oben bei der Kiste. Keine Panik. Das sind auch meine Pflastersteine. Es ist nicht so, dass ich hier klaue. Sondern... Aber sag mal, wo seid ihr denn gestorben? Wie weit seid ihr gegangen? Ne, wir waren nur hier. Echt? Und da kam so ein Ding? Ja, da waren so fliegende Dinger. Die haben zuerst den Sinus getötet. Dann wollte ich hin. Und meine Sachen aufheben. Und dann haben die auf mich geschossen. Und ich habe es aber noch gerade so überlegt. Kranke Scheiße. Okay, da bin ich gespannt, was für Gefahren die auf meinen Augen haben. So, ich glaube, ich regeneriere mich jetzt, oder? Na, regeneriere ich mich? Ja, supi. Supi, toll. Dann kann ich jetzt weiter rumgucken unten. Bis dann. Ich gehe fahren. Vielen Spaß. Oh, wir sind schon bei 20 Minuten, ne? Was? Ja, also eigentlich ein bisschen weniger, aber um die 19. Lass mal schnell einen Cut machen. Dann, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und produktiver denn je. Tschüss. Tschüss.